Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Seit dem letzten Video ist einiges in Zeit vergangen. Das lag natürlich auch zum Teil an den Ferien, dass ich jetzt nicht so viel Zeit hatte wie sonst immer, weil ich auch weg war. Aber es lag auch an einem anderen Problem, weil ich jetzt mittlerweile ein paar Mal in der Welt hatte. Ich habe es bereits auch schon geschrieben in den Community-Tab und zwar hatte ich einen ziemlich fiesen Bug gehabt, der für Spielabstürze gesorgt hat. Ihr könnt mir glauben, seit der letzten Folge und dieser Folge ist wirklich unglaublich viel Arbeitszeit in diese Welt hier reingeflossen. Nur hauptsächlich wegen diesem Bug und natürlich auch wegen den Bahnsteigverbreiterungen, wo ich jetzt ja schon häufig darauf hingewiesen wurde. Und ich habe jetzt mal endlich damit angefangen, im großen Stil die Bahnsteige allgemein zu verschönern, aber auch zu verbreitern. Und das dauert allgemein ziemlich lange. Aber was war das denn jetzt eigentlich für ein Bug, der diese Probleme vergerufen hat? Das zeige ich euch gleich, beziehungsweise, ja ich kann es euch später auch zeigen, aber ich habe es jetzt ja schon behoben. Wir sind hier am Hauptbahnhof und hier habe ich vor etwas längerer Zeit die Bahnsteige verbreitert, weil mir aufgefallen ist, dass sie hier wirklich zu klein sind. Und weil mir aufgefallen ist, dass der echte Hauptbahnhof tatsächlich auch nur sechs Gleise im Obergeschoss quasi hat. Ich dachte, es wären acht. Und jetzt habe ich quasi einfach zwei Gleise komplett gelöscht und dadurch habe ich dann die Bahnsteige gut verbreitern können, oder dass die Kuppel irgendwie zu klein war. Das hat ganz gut funktioniert. Aber ihr merkt es ja jetzt schon wieder gerade, es leckt immer relativ doll hier, eben weil hier zu viele Züge unterwegs sind, auch unten. Und deswegen bin ich, als ich das gemacht habe, etwas weiter weggeflogen, als ich irgendwas nachschauen wollte, damit es nicht so leckt, hier zu dieser Station hier. Und dann ist mein Spieler einfach plötzlich abgestürzt und ich habe mich dann natürlich erst mal gefragt, woran das lag. Ich habe mich sofort wieder eingeloggt und es ist direkt wieder abgestürzt. Also ich habe mich eingeloggt und es ist wirklich sofort wieder abgestürzt. Ich dachte dann schon, die Welt ist jetzt irgendwie kaputt und ich komme jetzt gar nicht mehr rauf. Irgendwie habe ich es dann geschafft, wegzufliegen, sodass ich irgendwie hier oben war und dann ist es nicht mehr abgestürzt. Ich wusste also, es lag an dieser Station hier und wusste dann natürlich nicht genau, warum und so, warum das jetzt passiert ist. Ich habe mich dann irgendwo hier hinten hingestellt und habe dann mit dem Command die Station komplett gelöscht. Also von hinten mit dem Fill-Befehl und es hat auch total lange gedauert, bis ich die richtigen Koordinaten gefunden habe, aber es hat funktioniert und dann ist es tatsächlich nicht mehr abgestürzt. Und mittlerweile weiß ich jetzt, woran es liegt. Es liegt an diesem, ich kann es ja mal im Inventar zeigen, es liegt an diesen Teilen hier. Die Ankunftsanzeigen, 3x2 oder vielleicht auch die anderen, jedenfalls benutze ich meistens die hier, die führen zu Spielabstürzen. Und ich weiß nicht warum, es ist von einem Tag auf den anderen passiert. Und dann habe ich halt gedacht, jetzt muss ich jede einzelne Station, wo ich die benutzt habe, löschen. Muss ich denn aber nicht, es reicht auch, die Station einfach aus dem System rauszunehmen. Das kann ich euch ja kurz zeigen. Und zwar dann einfach, wenn ich die Station finde, da ist sie. Einfach ein G draufzunehmen und das dann hier hinten hinzuziehen, also dass die Station quasi nicht mehr existiert. Und tatsächlich merken sich die Züge dann trotzdem noch, dass sie hier halten müssen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, aber ich wusste natürlich eine Zeit lang nicht, dass es diese Ankunftsanzeigen sind. Witzigerweise, ich weiß bezüglich nicht woran es liegt, ist, dass hier hinten eigentlich auch welche... Oh, jetzt leckt es ja extrem. Oh, die Renate sind jetzt noch tiefer, obwohl ich sie schon nur auf 7 habe. Dass ich hier hinten eigentlich auch welche benutzt habe. Aber das sind die einzigen auf der gesamten Welt, die nicht abstürzen. Und ich weiß nicht warum. Jedenfalls hier hinten an der Station Friedrichstraße, da habe ich auch welche benutzt. Und da habe ich wirklich so lange gebraucht, um herauszufinden, woran es lag. Ich habe dann tatsächlich hier die Station komplett gelöscht und dann einfach alles entfernt. Alles, was irgendwie von der MTA-Mord war. Bis es dann nicht mehr abgestürzt ist. Und hier unten waren halt ein paar von diesen Anzeigen. Und dann habe ich die halt entfernt und dann irgendwann hat es funktioniert. Genau, denn das hat ja jedenfalls relativ lange gedauert, bis ich dann die meisten Stationen wieder davon befreit habe. Und ich habe noch nicht mal alle befreit. Und zwar habe ich jetzt mir nämlich vorgenommen, da ich jetzt nämlich auch die 400 Abonnenten erreicht habe, erstmal danke an der Stelle, dass ich die Map bald zum Download anbieten möchte. Und bis dahin möchte ich natürlich erstmal diesen Bug gefixt bekommen. Und ich möchte gerne alle wichtigen Stationen verbreitern von den Bahnsteigen her. Weil es wurde mir jetzt ja erstens richtig voll viel in die Kommentare geschrieben, dass ich das machen soll. Und zum anderen, da ich jetzt schon ein paar gut verwartet habe, fallen mir jetzt hier zum Beispiel, hier ist es zum Beispiel noch nicht passiert, fällt es mir jetzt hier zum Beispiel auch auf, dass es echt nicht mal so gut aussieht. Und genau deshalb gibt es jetzt in dieser Folge keine neue Stationen zu sehen, weil ich habe zwar eine neue gebaut, aber es war jetzt keinen Sinn, die zu zeigen, weil der Kontext würde dann so ein bisschen fehlen. Aber ich konnte euch auf jeden Fall alle neuen Stationen zeigen, also alle alten neuen Stationen zeigen, wo ich die Bahnhöfe verschwindet habe und die Bahnsteige verbreitet habe. Und deswegen fangen wir auch direkt an auf der Stadtbahn. So, hier am Westkreuz hat sich tatsächlich nichts verändert, weil die Stationen eh schon einen breiten Bahnsteig gehabt hat und auch eh ganz gut aussah. Es ist zwar von den Kreuzen her, also Gesundbrunn, Südkreuz und Ostkreuz ist das hässlichste meiner Meinung nach, aber muss auch nicht schön sein, es ist in der Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach auch nicht. Und genau, die Bahnsteige sind halt relativ breit, vor allem hier oben. Kommen wir zur Station Scharlötenburg, die jetzt das schöne Design mit dem Quarz hat, was ich neu gebaut habe. Genau, und ja, hierüber reden wir nicht, das habe ich halt noch nicht gemacht. Die ganzen Regionalbahnbahnsteige habe ich meistens ausgelassen, außerhalb bei den ganz wichtigen Stationen. So, hier ist die Station Sarviniplatz und hier haben wir halt ganz normal jetzt einen verbreiteten Bahnsteig und alles in Ordnung. Wir sehen auch schon die neue Station, die ich meine, ist die Station Plentawald auf der S9. Ganz durch Zufall, wie ihr jetzt hier gerade gesehen habt, am Display. Und wir fliegen einfach mal direkt weiter oder hätten die Zug auch nehmen können, aber jetzt ist auch egal. Wir kommen zur Station Zoologischer Garten. Und ja, die Station ist eigentlich relativ schön, finde ich, weil sie auch schon vorher. Und hier haben wir auch jetzt einen verbreiteten Bahnsteig, wobei der war auch schon vorher drin. Weil, witzigerweise habe ich ganz am Anfang, die Station Zoologischer Garten ist auch einer der ersten gewesen, tatsächlich. Boah, jetzt fängt es richtig an zu lecken. Habe ich da noch drauf geachtet, manchmal verbreitete Bahnsteige zu bauen, aber dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum. So, hier in der Station im Tiergarten haben wir jetzt auch einen verbreiteten Bahnsteig und auch das neue Quarz-Design. Und da habe ich hier nämlich einfach mal den Zug für die nächste Station. S9 Richtung Plentewald. Nächster Halt, Bellevue. Umsteigen zu S76, S5, S7 und S3. So, die beiden Stationen Bellevue und Tiergarten sind beide sehr dicht beieinander. Also jetzt nicht wundern, es ist eine Ausnahme. Auf der Stadtbahn sind die Abstände meistens etwas länger. Genau, und hier habe ich jetzt zum Teil auch mal diese Notrufsäulen benutzt und andere Teile aus der Job & Client Mod, glaube ich war das. Nein, hier geht es nicht lang. Aus genauer aus dieser Mod hier. Und da gibt es ja auch ein paar schöne neue Designmöglichkeiten, auch zum Beispiel diese Schilder hier. Und die habe ich jetzt auch an manchen Orten benutzt. Genau, sonst habe ich euch ja gerade schon gezeigt, die Station, das war die erste, wo mir der Abschluss aufgefallen ist. Und die habe ich halt komplett gelöscht damals. Ich habe sie also komplett nochmal neu aufgebaut. Aber so lange hat es auch nicht gedauert, weil glücklicherweise habe ich dieses Design hier von der Kuppel, habe ich mir eingespeichert in einem Structure-Block, weil ich es nochmal bei der Station, genau, bei der Station Parkischer Markt benutzt habe. Und deswegen habe ich es mir eingespeichert und deswegen konnte ich es jetzt relativ schnell wieder bauen. Genau, kommen wir zum Hauptbahnhof. Hier habe ich relativ viel Arbeit reingesteckt, weil ich alle Bahnsteige verbreitet habe und verschwindet habe. Hier oben habe ich euch es ja schon gezeigt, dass ich es verbreitet habe. Und hier unten habe ich es aber ebenfalls gemacht. Und zwar jetzt mit sechs Gleisen, vorher waren es auch an der Stelle acht. Aber ich finde es in Ordnung, es müssen auch nicht so viele sein, weil die Züge haltet ja alle immer relativ kurz. In echt würden sie natürlich länger halten, da machen mehr Bahnsteige mehr Sinn. Und kommen wir auch schon zur nächsten Station. Genau hier muss ich noch ein bisschen was machen. Hier, die Brücke ist nicht ganz richtig. Und ich lege daran, dass ich mich natürlich auch erneuern musste, weil die Gleise jetzt an der anderen Stelle lagen. So, wir kommen zur Friedrichstraße. Hier sind halt die Fernbahngleise noch nicht fertig, aber der Rest schon. Und unten sowieso, das zeige ich euch aber eh gleich. Hier ist die Station Herrischer Markt. Ich habe mir mal für die Tram ein anderes Design ausgewählt von dieser Mod. Ich weiß gerade den Namen leider nicht, die ich installiert habe. Ich kann ja mal ganz kurz nachschauen. Von der... Gibt es gar keinen Mod-Tab mehr? Komisch. Na egal, es ist jedenfalls eine Mod, die einen weiteren Zug oder mehrere weitere Züge hinzuflügt. Und da habe ich jetzt diesen Zug hier genommen. Ich finde, der passt ganz gut zur Straßenbahn. Also besser jedenfalls als der Zug, den ich davor genutzt habe. Apropos Straßenbahn, da wurde auch gefragt, ob ich mal weitermauen kann. Momentan habe ich endlich so viel Zeit, aber es wird natürlich irgendwann weitergehen. So, Alexanderplatz war glücklicherweise schon verbreitert. Da muss ich also nichts machen. Und nur halt den Bug beheben. Das muss ich bei so ziemlich hier als Station auf der Stadtbahn. Und ab hier haben wir jetzt auch wieder die Oberleitungen an der Stadtbahn. Die ich natürlich auch noch durchgängig machen muss, aber... Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt erstmal andere Sachen zu tun. Die Station habe ich mir überlegt, werde ich jetzt erstmal klein lassen. Erstmal, die Kuppel ist zu klein. Ich müsste sie größer machen, wenn ich den Bahnsteig größer machen müsste. Und zum anderen, ja, ich finde es jetzt wiederhänge ich hier noch ganz in Ordnung aus. So. Alles andere als in Ordnung ist es allerdings hier hinten. Und ihr seht jetzt gleich schon, ich habe hier am Ostbahnhof etwas Größeres geplant. Das Ding ist nämlich, dass ich hier einfach nicht genug Platz habe, die Bahnsteige zu verbreitern. Ja. Mir fällt gerade auf, hätte ich einfach die Bahnsteige von Anfang an immer verbreitert gemacht, dann hätte ich die ganzen Probleme gehabt, weil es dauert halt wirklich extrem lange, so etwas zu beheben. Ich habe hier einfach nicht genug Platz. Ich müsste, ich könnte sie höchstens zum Beispiel hier nur in eine Richtung einem einen Block verbreitern. Das macht es aber auch nicht. Also, macht natürlich schon Sinn, aber dann kann ich es auch gleich richtig machen. Ich habe mir überlegt, eine dritte Kuppel zu bauen. Dadurch ist es natürlich nicht mehr ganz so realistisch. Der Aufsbahnhof hat eigentlich nur zwei Kuppeln. Aber es wäre auch unrealistisch, wenn ich jetzt Bahnsteige löschen würde. Weil zwei brauche ich hier auf jeden Fall für die S-Bahn. Vor allem, weil es da in Möglichkeit so ist und vor allen Dingen wegen der S45, die hier startet. Und, da es der zweitwichtigste Bahnhof in Berlin ist, würde ich jetzt mal sagen, also für den Fernverkehr auf jeden Fall, macht es auch Sinn, zwei Fernverkehrsbahnsteige zu haben. Dadurch werde ich jetzt jeden Bandschack um zwei Blöcke verbreitern und da kommt halt der Rest jetzt hier hin. Ich finde es auch in Ordnung. Dadurch wirkt der Bahnhof halt noch größer dann später. Aber es fehlt halt noch ein bisschen was. Ich muss es vor allen Dingen erstmal einrichten. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber da wird es wahrscheinlich bald Neuigkeiten geben in den nächsten Folgen. Und wir kommen zur Warschauer Straße, die auf jeden Fall ein Update nötig hatte. Und jetzt eigentlich immer noch nicht so schön aussieht, aber es ist in Ordnung. Ich lasse es jetzt erstmal so. Genau, wir haben hier eine ganz normale Station mit dem Quarzdesign jetzt halt. Und wir kommen zum Ostkreuz. Da hat es auch nochmal ein bisschen länger gedauert, weil ich hier unten die Gleisanlage ein bisschen verändern musste. Auch die Oberleitungen, weil einfach zu wenig Platz war. Wie bei vielen Stationen. Dann machen wir jetzt jetzt weiter mit der Ringbahn und lassen uns doch einfach mal hier starten. Wenn ich jetzt in die Richtung fliegen würde, dann könnte es sein, dass da jetzt noch eine Station ist, die abstürzt, weil ich halt noch nicht überall war. Ich habe das jetzt nur innerhalb des Rings gemacht und halt auf der Regenbahn. So, ich habe es mir anders überlegt. Wir starten hier an der Station Gesundbrunnen, weil hier auch die Regenbahn normalerweise startet. Hier sind die beiden Depots für die S41 und die S42. Da fällt auch gerade ein Zug raus. Aber das habe ich euch ja schon alles mal erklärt in der Folge für die Station Gesundbrunnen. Und hier haben wir jetzt quasi auch die Updated-Version. Ich habe halt jetzt hier die Bahnsteiger verbreitert. Und dadurch fallen jetzt hier diese Stützen weg. Und das sieht jetzt zwar... So, das was ihr gerade gesehen habt, war kein Video-Bug. Das war ein weiterer Spielabsturz. Das kommt jetzt gerade witzig. Es ist jetzt gerade witzig, dass es gerade passiert ist, wo ich darüber gesprochen habe im Video. Ich weiß gerade nicht, warum das passiert ist. Es lag wahrscheinlich wieder in so einem komischen Anzeigeding. Ich lasse es mal kurz im Video jetzt, damit ihr seht, wie das ungefähr funktioniert, zeigen. Also, Gesundbrunnen wird verschoben. Dadurch passiert ein Glück nichts. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wo die Anzeige ist. Ich habe die Station hier geupdatet. Und ich frage mich, warum das nicht vorher passiert ist. Aber ich sehe es schon. Hier sind die Anzeigen. Zwei sogar. Ich kann es nicht glauben. Das heißt, es gibt wahrscheinlich doch noch irgendwo Stationen, die abstürzen auch noch innerhalb des Rings. Man muss natürlich aufpassen. Hier hinten sind bestimmt auch nochmal welche. Oder, ich glaube, hier war ich sogar. Ja, hier muss auch nochmal eingerichtet werden eigentlich. Hier unten hingen welche, ich erinnere mich sogar noch. Gut, hier ist noch nichts. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich alle erwischt habe. Wenn nicht, dann würde ich es gleich nochmal abstürzen. Weil jetzt führe ich die Station wieder hinzu. Wo ist sie da? Und es sieht erstmal gut aus. Liegt nochmal hier runter. Okay, es stürzt nicht nochmal ab. Ja, das ist natürlich wichtig, dass es genau in dem Moment passiert, wo ich sage, es stürzt nicht nochmal ab. Aber es ist natürlich nochmal abgestürzt. Deswegen will ich jetzt nochmal die Station löschen. Mann, das ist aber auch wirklich nervig. Und ihr könnt euch vorstellen, das geht natürlich bei vielen Stationen so, die ich überarbeitet habe, dass das häufig passiert ist. Hier muss halt nochmal irgendwo jetzt eins sein, was ich nicht da hinten. Gut, kann man natürlich auch sagen, rechtfertigen so, ja, ich hätte halt besser aufpassen sollen, als ich es gelöscht habe. Aber wenn es schon so häufig passiert, dass es einfach abstürzt, das nimmt halt so die Lust danach zu suchen. Das könnt ihr mir glauben. Könnt ihr mir wirklich glauben. Und jetzt mache ich es wieder rein. Hallo? Ah ja. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, hier ist auf jeden Fall keins mehr. Ja, ich glaube schon, woran es lag. Ich habe wahrscheinlich, als ich die Station überarbeitet habe, habe ich die Station wahrscheinlich kurzzeitig gelöscht, beziehungsweise hier hinten hingezogen oder so. Und dann habe ich sie wieder hingezogen und dachte, es ist nichts passiert. Und dann habe ich es irgendwie, keine Ahnung, dann ist es irgendwie passiert, dass ich es übersehen habe. Jetzt muss ich natürlich nochmal nachschauen, ob hier hinten irgendwas passiert. Okay. Wie gut da war es. Das heißt, wir können jetzt endlich mit der Ringwarn weitermachen. Wir haben hier die beiden Depots und jetzt sind die Bahnsteiger hier endlich breit. Wir können jetzt mit der Ringwarn einfach mal hier lang fliegen und der Ringwarn folgen. Und wir kommen zur Station Wedding. Und ja, hier muss ich auf jeden Fall nur eine Kuppel bauen, weil die Station Wedding hatte halt eine Kuppel. Da hatte ich jetzt keine Zeit für gehabt. Und jetzt zur Station Westhafen. Hier endet die S-Berlinie 21, die es noch nicht in Berlin gibt, habe ich euch im letzten Video, nee, im vorletzten Video, glaube ich, gezeigt. Und was macht die Binde da bitte schön? Okay. Naja, egal. Jedenfalls hier hat sich erstmal nichts getan, außer dass die Bahnsteiger jetzt breiter sind. Und es geht weiter zur Beuselstraße. Und das ist jetzt nochmal ein kleines Highlight, denn ich habe ein neues Stationsdesign hinzugefügt. Und zwar dieses hier. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Und ich habe es jetzt auch in manchen Ringwarnstationen und auch auf einer Station schon benutzt. Und wir haben hier einen relativ durchlässigen Bahnsteig mit ein paar Stilern, Uhren, Notrufsäulen und so weiter. Genau, und da kann ich auch noch was zeigen. Und zwar wurde mir mal in die Kommentare geschrieben, dass ich die Anzeigen der Ringwarn ja auch custom gestalten kann. Dass zum Beispiel bitte nicht einsteigen dasteht, wenn die Ringwarn endet am Gesundbrunnen. So, ich versuche es mal etwas besser zu erklären gleich, wenn ich die Ringwarn finde. Hallo. Da. Man kann nämlich, überall wo ein Stern ist, habe ich eine extra Anzeige einprogrammiert, beziehungsweise halt eingestellt. Und das heißt, es steht halt nicht mehr Gesundbrunnen da, weil normalerweise in Berlin steht halt auch Ring da und nicht da, wo es endet. Und das heißt, es steht jetzt einfach dran. Ja, hier jetzt nicht, weil die Anzeige zu hoch ist. Das kann man aber ändern mit einem Pinsel oder einem Brunsch. Und zwar, ja, okay. Dann wird nämlich die nächste größere Station angezeigt, wo der Zug drüber fährt. Und das habe ich halt eingestellt. Jetzt sieht es eigentlich deutlich besser aus, vor allem, weil jetzt Ring an der Bahn dran steht und nicht mehr Gesundbrunnen. Kommen wir zu Jungfernheide. Das war auch eine Station, wo es mir mindestens fünfmal abgestürzt ist, weil ich mir immer wieder diese Teile übersehen habe von den Anzeigen. Jetzt ist aber alles in Ordnung, wie ihr seht. Und hier, ja genau, habe ich jetzt verbreitete Beinsteige. Und der Verlauf vom Regionalzug ist etwas verändert worden. Ihr seht, er ist immer noch relativ dicht hier, aber er kommt tatsächlich nicht gegen die andere Brücke ran, obwohl es so aussieht. Das war vorher nicht so, da hat er die Brücke so ein bisschen gestriffen. Hier hat nämlich der Regionalexpress die Linie 4. Und wir machen direkt weiter, das Video wird wahrscheinlich sehr lang werden, weil die ganze Nord-Süd-Bahn habe ich auch überarbeitet. Die kommt auch noch rein. Wir kommen zum Westend. Und ich glaube, hier bin ich tatsächlich noch gar nicht randlang geflogen, in keinem meiner Videos, weil die Stationen haben halt schon existiert, glaube ich, als ich angefangen habe. Und dann habe ich irgendwie das nie gezeigt. Hier stellt jedenfalls die S-Bahn-Linie 46, die momentan zwischen Hermannstraße und Westend fährt, also hat keine besonderen Stationen, aber das wird sich irgendwann ändern, wenn es Richtung Schöne Weide geht. Genau. Also momentan ist diese Linie eigentlich nur ein Taktverstärker. Westend habe ich dieses andere Design verwendet, was ich auf der S21 häufig benutzt habe. Das ist jetzt halt eine Abwechslung zu den ganzen anderen Ringbahnstationen. Ich habe darauf geachtet, möglichst viele Stationsdesigns auf der Ringbahn zu benutzen, weil die davor halt relativ langweilig waren. Kommen wir zur Station Messe Nord ICC, weil die Station sehr wichtig ist wegen der Messe später und auch wegen der U-Bahn, die sich hier unten befindet. Die U-Bahn muss ich übrigens auch noch überarbeiten, aber es gibt eh viel zu tun. Deswegen habe ich jedenfalls hier auch dieses besondere Stationsdesign hinzugefügt, wie eine Beusselstraße. Die nächste große Station ist das Westkreuz, wo wir vorhin schon waren im Video. Da geht es jetzt auch schnell hin. Genau, hier hat sich nichts geändert, deswegen fliege ich direkt weiter. Hier befindet sich die Station Halensee und mit diesem anderen Design halt. So, meine Originalaufnahme geht an der Stelle zwar noch weiter, ich habe alle anderen Stationen der Ringbahn auch in dem Video gezeigt, aber dann ist mir aufgefallen, dass es einfach super monoton und langweilig ist, wenn ich einfach jede einzelne Station abfliege und sage, ja, hier habe ich das geändert, hier habe ich das geändert. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich es jetzt einfach rauslasse. Aber es wird bald ein neues Video geben, und zwar eine Führerschansmitfahrt von der S42, glaube ich. In dem Fall halt in die andere Richtung, wie ich es schon damals gemacht habe. Und da kann man dann ja auch die ganzen neuen Stationen nochmal sehen. Und ihr könnt mir wirklich glauben, das alles zu renovieren, diese drei Abschnitte, diese drei wichtigsten Abschnitte von Berlin, auch wenn es jetzt gar nicht mal so besonders aussieht, weil jetzt hier alles neu ist, hat wirklich ewig gedauert. So, jetzt noch eine Sache zum Schluss. Es wurde sich nämlich gewünscht, ob ich eventuell einen Discord-Server machen kann. Und dann habe ich mir erst mal gedacht, ja, eigentlich lohnt es sich nicht, weil es gibt jetzt andere, ein paar andere Discord-Server, die auch mit der MTA-Mod zu tun haben. Eigentlich lohnt es sich jetzt nicht, noch einen aufzumachen für mich. Ich habe mir jetzt überlegt, es eventuell doch zu machen, allein schon wegen dem Download von der Map, dass ich es so einfach besser anbieten kann, wenn das überhaupt geht. Ich schaue mir das nochmal an. Oder halt auch für Netzpläne und so, dann halt nicht so einen großen Server. Ich erkundige mich mal, wie einfach das ungefähr ist.